Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Trails into Rivery. Ähm, fuck auf, wir probieren den Boss. Oder? Warte mal, werden die Dinger eigentlich erneuert? Diese Kisten oder so? Weil dann könnte man nämlich unsere CP nämlich noch auf 200 hochhauen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die ständig erneuert werden, oder? Äh? Achso, ja. Lass uns einen Bewegung anziehen. Ha! 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 Achso, ja, ich muss ja dann über... Ha! ...und es dann so zu machen. Äh, die Scheißdinger sind sehr schnell. Okay, die werden scheinbar nicht erneuert, ne? Ah, ich würd gern die zwei weghauen. Stronger Energie detectiert vorhin. Exercise extrem Kassion. Bis auf die Muse. Musee. Ha! 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 Ich kann das nur da gar nicht aktivieren. Wir können jetzt weitergehen. Was für ein Bruder! Sei vorsichtig! Oh, der Bastard soll sich jetzt rumdrehen. Lauf! Lauf! Forest, lauf! Unmaterial. Okay, schauen wir, dass wir ihn weghauen. Das Zeug habe ich alles geklaut, ohne das Monster zu besiegen. Und wenn, dann können wir immer noch schauen, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Gegner wegmähen. Und dieses Special Gegner würde mich schon noch interessieren, was ich da bekomme. Aber die sind ja auch ziemlich übel zum Teil. Hallo, Boss! Er erinnert mich immer noch voll an Genshin, aber Genshin hat jetzt auch nur die Vier gegen Bossmonster erfunden. Diesen könnte mir meine Zeit wert sein. Alter, die Musik? Keep strong! Ich habe dich! Ich muss jetzt zwei Leute aufteilen. Lass uns gehen! Klar. Hier, um zu spielen. Wach! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Arcus, aktiviert! Lass uns gehen! Wach! Wach! Hier, um zu spielen! Wach! Wach! Nummer ist auf! Das ist nur noch mal Impede. Ich weiß nicht mehr, was Impede eigentlich ist. Nightmare K.O. Stärke hoch für zwei Runden. CP plus 50. Es ist mein Turn. Arcus, aktiviert! Äh, nein, ich hab kein Ding mehr. Ich hab meinen Schutz nicht mehr hin, weil das gerade so wenig abgezogen hat. Oh, fuck. Ah, hä? Verdammt. What? Right. Hä? Warte, was? Warte, Black Tortoise! Let's go! Äh... Ich kann trotzdem fighten. Ja! Kann ich sich selber melden? Dauert aber. Glücklich. Ich glaube, wir machen erstmal das. Lass uns gehen. Zeit. Schau! 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 Arcus, aktiviere! Die Nummer auf! Schau! 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 Dreckig. Was ist Line-Tornado? Ich will dich für dich! Danke! Ich bin auf! Bleib stark! Los geht's! Ich bin auf! Ich bin auf! Es ist unten! Da! Klar! Ich habe etwas für dich. Still okay. Okay! Quick! Es ist unten! Ich werde dir helfen! Es ist meine Zeit! Es ist meine Zeit! Es kann natürlich sein, dass er in der nächsten Runde wieder Ding macht, ne? Absolute Reflex! Geht es? Ach scheiß drauf, wir können es wenigstens mal ausprobieren. Genau! Es ist... Oh, das ist auch Magie mit was er angereist! Oh, das ist auch Magie mit was er angereist! 34.000? Es ist unten! Es ist unten! Ich bin auf! Los geht's! Dreckiger Bastard! Los geht's! Los geht's! Jetzt kommen wir mit... Nein, mein Ding ist jetzt weg, ne? Scheißegal, Alter! Wir machen dich jetzt kalt mit irgendwas! Dreckig! Oh! Ich lasse es dir zu dir! Ich schaue jetzt! Jetzt! Ich lasse es dir zu dir! Ich lasse es dir zu dir! Alter, was die für Drecksarschloch-Attacken haben! Entschuldigung für die Ausdrucksmeister! Aber das ist doch so! Ich lasse es dir zu dir! Ich lasse es dir zu dir! Ich lasse es dir zu dir! Ich lasse mich jetzt hier heilen! Und dann... Ich muss mich jetzt auch echt mal in das Augmented Knife fuchsen! Das sage ich jedes Mal und mache es nicht! Aber... Irgendwann werde ich es machen! Ich würde jetzt gerne einen Spezialgegner da unten noch kalt machen, wenn ich es schaffe. Weil wer weiß, was das Arschloch kann. Der dämliche Mistgerd. Nein. Das Beste wäre halt, wenn der dämliche Dreckseil nicht da wäre. Der Gefahr ist echt. Aber wir werden es nicht verlieren. Schaut auf, dieser ist hart. Los geht's! Mein Geil. Der hat bestimmt viel Scheiß mit Paralyse und so'n Mist. Uuuuuh, Cavalry-Edge. In einem Flamen? Ne, ist genauso. Charging. Das wird gut sein. Arcus, aktiviert! Halt! Halt! Das wird gut sein. Arcus, aktiviert! Mein Geil. Arcus, aktiviert! Steh auf, du Lusche! Warte! Wie er halt heilt! Aber hey! Umso mehr, dass er heilt, umso besser. Boah, das gibt ja nur 3.000 ab, merke ich gerade. Ja, das wird gut sein. Es wird gut sein. Okay, er ist auf jeden Fall scheiße. Ich press Wibber. Ah, Voidbreaker EX. Death down for 4 turns. Jetzt, äh, das! Ah, das kann ich noch, genau. Es ist down! Ich werde es helfen! Ich werde es helfen! Der will schon uns mal recht nicht aufstehen, der Sack, ne? Mein Geil. Sehr gut. Und weg mit dir. Der war aber voll easy, ne? Naja, sag mal ehrlich, der andere wäre auch nicht so schwer gewesen, wenn er mit seinem Petrify nicht die alte Gruppe ausgelöscht hätte. Mein Geil. Zero Craft. Ich bin Shade, ne. Rehgarak? Aktiviert. Rehgarak! Destroi! Es ist mein Geil. Ich werde nur kleiner werden. Ich werde nur kleiner werden. Red, du... Irgendwas, Stone. Wenn du mir war, dann ist das andere Monster ja da. Okay. Okay, also kriegen wir vor jedem von uns da so einen Stein. Die Frage ist bloß, was können wir damit machen? Was können wir damit machen? Ha! Jetzt habe ich vier. Oder fünf? Ne vier. Im ersten gab es zwei, in dem gab es eins. Warte, ich muss wieder zurücklaufen? Ha! Nee, oder? Ist das, ist das den hier ernst? Ich glaube, das ist den hier ernst. Ha! Jetzt muss ich aufhören. Das ist echt den hier ernst. Was? Ah ne, warte, Map. Map, 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 Map. Ne, das zeigen die auch auf der Karte so an. Äh, entweder checke ich gerade was nicht oder... Ne, wahrscheinlich checke ich irgendwas nicht. Oder das sind wirklich solche Säcke, dass die einen da echt komplett zurücklaufen. Das Gute ist, dass die Maps nicht so groß sind. Also die erste, zwei, erste, dritte und viertel nicht. Es gibt keine vier. Scheiße. Da ist bloß das Viech gewesen. Was? Okay, geht eigentlich. Okay, geht eigentlich. Was? 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 Wirklich eigentlich der Einzige der denkt, dass das alles nur zum Zeitstrecken ist vom Spiel? Ich meine es ist ja schön, wenn das Spiel 80 Stunden geht oder 60, wenn es geil geschrieben ist. Aber... Ich find's nicht so geil, wenn da halt... Weil die Dinger, die geben halt so nix her, ne? Oh, they're back! Explore as much of the first stratum as we possibly could. It does make for a good place of training if nothing else. We have more to explore, but there was a barrier preventing us from going any farther. Did anything change while we were here away? I could say that. Is it not to show off-geto? Some tables and chairs appeared, so it's a lot more comfortable than it was before. Looks like it's a garden's way of optimizing things for us. Well, that's a pleasant surprise. There's no more reason to settle in, this is going to be our home base. Traversal of the first stratum confirmed. Conditions of master missions fulfilled. These quantified goals may serve as a guide with which to measure progress. All visitors are advised to regularly confirm available master missions. It sounds like something else changed. When we're back, why don't we have to look around the garden to find out what? Sounds good to me. Now a few missions report their completion using the central core. Back to the central core, we're in the plazaed a few missions. Ah, okay. Hat der jetzt mir zweimal derselbe gesagt? Central core activated. Ah, bla, okay. Missions. Okay, a few missions available. Okay. A few missions. Serum Conker as master. 120 Spiegelfragmente und Dragonvision. War Dragonvision nicht gut? Ich glaub das war doch gut. Phantasmal Shards shall be supplied henceforth. Their function. To unlock new possibilities within the reverie corridor. Her mission is now granted for visitors to unlock new functionalities that will ease future trials. Collections with Shards is to our benefits and we can't afford to ignore them. Yeah, let's keep unlocking stuff. Shards for special items to use and unlock useful abilities. Man kann BP erhöhen auf 6. Gab's das vorher schon? Man kann BP erhöhen auf 6. Gab's das vorher schon? If your missions report IP use Phantasmal Shards. New contents available. Unlock unsealing pedestal. Is that unsealing stones in the river? Oh. I guess this unsealing pedestal is a thing on the platform we saw earlier. Seems so. It should be active now. This must be what the voice was alluding to. Alluding? There is another useful functionality. What are we betting for? Why don't we give a look? Yeah. Let's go up there. What are we betting for? What I'm saying is that it's very cool and so. 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 But this very fun. And so. And so. And so. And so. You have a deal. Unsealing pedestal activated. We're a deal. And so. Let's go. You have a deal. I have a deal. You have a deal. Unsealing pedestal. Unsealing pedestal. Useful for the purpose of natural unsealing items called Sealing Stones. Golden Sealing Stone. Unlock allies to join you in the Rivery Corridor. Daydreams from the past. Unlock daydreams with minigames. Was? Defeat masters, defeat guardians. Silver Sealing Stone, defeat formidable foes. Pull 10 items per 1 stone. Was? Was? This gacha? The possession user has revealed its content. Ich hab von jedem Ding eins, Alter. Silver Shard. Silver Shard? Open. Das ist gacha, ne? Alter, das ist echt gacha, Alter. Alter, es sind sogar Karten. Was? The daydream buried trace beaten trace blaze trace is now available. Was? What the fuck is that? Um. Now access the slab of reminiscence. Daydreams featuring past events. New daydreams can be discovered through blue ceiling stones. Erinnerungen? Understand what just happened? Is that thing going to let us look into the past somehow? That would be a strange twist. How does that work? This garden is just full of mysteries. Regardless, at least we know what to do with any of the ceiling stones we came across. Not to mention the phatasmal shards, there is a lot to keep track of. To use what we have to add disposal stones may be. We need to get caught up in how many of this is very good possible given how little the logic of our own world seems to apply here. I'm still convinced that everything here exists for the purpose of making us stronger though. Correct. The black mirror serves to aid visitors in the fulfillment of unrealized possibilities. Visitors are advised to make use of these services to raise the chances of realizing their own destinies. All garden systems confirmed to be operational. Connection between the black mirror and the outside world stabilized. Visitors are instructed to make physical contact with the mirror to return to the outside world. So the mirror itself is how we return. We can leave here whenever we want and return when we want to become stronger. But I'm still stumped over that we were even doing before all this. We should probably get back to this though. When we were in the midst of something very important, that's likely why we were here called in the first place. So if but whatever it was, the stuff we did here should help us do better hopefully. Just wish we could do it without having our memories wiped again. So out of our hands, after the moment let's focus on what we can control. Now let's take this opportunity to go back, but it wouldn't be a surprise if the river corridor continue to help us going forward. Now we'll be here when we need it, even if we're about to forget the fact. Yes, we can really master our craft for when the time comes. In our benefit to explore everything, we weren't able to see during this trip at a later point. It'd be fools to not make good use when the opportunity does arise. Yeah, but wissen die, dass die das dann können? Ist das nicht ein... One of my the river corridor is a unique space, which does not possess a single fixed layout. The layout will be randomly generated upon conspecting the central core and selecting rearrange the river corridor. Open chests will be replaced with fresh ones and defeated monsters will be resurrected and changed, so you can enjoy a different experience each time. Yeah, ich will das auf jeden Fall erleben. There are rare items that can only be found in the river corridor, so it's worth your while to explore fully. Use certain characters when exploring the river corridor. Your exploration project can now be made out of any combination of characters. Achso, weil ich in Greenland ein Ding dabei hatte. Unsurprised, after another science we arrived here, but I think everyone is starting to get the hang of things now. Maybe I should go see how they are doing when I check all the facilities we have access to. Yeah. Essentially, you will now begin exploring the river garden as Lloyd. Was? Warum hat sie ihre normalen Sachen an? Die Muse ist auch da alleine rum. Da geht's wieder hoch. Jetzt will ich mal diese Erinnerung sehen. Also nicht, dass jetzt komplett falsch ist, aber ich denke mir immer, man könnte doch eigentlich mit der Erinnerung. Da gibt's mehr Dinge, die... Machen wir mal den Tennisschläger an, warum spielt der... Ach egal. Ich brauche mich gar nicht fragen, was hier abgeht. Slab of Reminiscence activated. Phew. Ich bin gespannt, ob das irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit zeigt. Aber Daydream ist aber dann schon wieder Sachen, die eventuell passieren könnten. Wir sind endlich hier! Okay. Das ist schon cool, aber... Warum vertont man nicht andere Sachen auch noch? Es hat uns genug genug, hm? Ich kann endlich catch our breath. Das ist was wir dann für, wenn wir Perser caught up mit uns in der Kalvarian border. Unlücklich ist die Followers all der Weg zu Crossbell. Ich kann sense die Thorns. Ich weiß nicht, wann zu gewinnen. Doch du hattest sie mehr oder weniger als du hattest, denn du hattest die Swords? Ich hattest alle außer dir. Figures. Anyway, let's head into die City. Time for some old-fashioned sightseeing. We both know that's not why we're here. Daydream. Buried Trace, beaten Trace, blazed Trace. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Spiel ich das? Ah, okay, das sind verschiedene Szenen, was grad da passieren, oder? Sir, you're the Star Princess. You look well this morning. Hi Grace, what brings you here? There is no performance today, so you can actually be here right now. Au contraire, my friend. I'm only here because there is no performance. Uh, what? I didn't realize you'd already come in, Grace. Hello there, sir. Thanks again for this. Really? Get it now, you're here to interview Lia or Rixia, huh? Rixia. Nope, not quite. The Crossbell Times is putting together a huge feature on Ark and Zeal as a whole. We call it the miraculous return of Ark and Zeal, a true resistance built on blood, sweat and tears. Nice, right? And you call yourself an editor with that title? I was joking, but at least the title, not about the feature. The rest of the troops should be getting together soon, best of luck with today's interviews. Much obliged. I plan on promoting a performance like crazy and that starts here. First up, the tropes, newest Rising Star. I hope you're ready for a barrage of cues, Sully. What? No, I'm not good at answering stuff. Well, I'm sure good at asking. You're gonna have to do more interviews as time goes on, so why don't get used to it with someone like me? I mean, I get that I will, but still. Come on, let's start with you showing me how you practice your moves. I'm gonna squeeze some really good photos out of you. Hey, stop pushing me. Ah, jeez. Let's go. 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 Let's go.